Moin Leute, Dominik hier von HitekTV. Ja, mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist wieder Zeit für eine neue Transformation. Moin Mustafa. Moin. Grüß dich. Hi Dennis. Hi. Ja, mit den beiden wird die Transformation stattfinden. Und bevor wir zur Frisur übergehen, würde ich dich einmal bitten, Mustafa, erzähl den Zuschauern nochmal, wie alt bist du, wo kommst du her und was ist dein Beweggrund? Genau, also ich bin der Mustafa, bin 26 Jahre alt und komme aus Hohenhagen, in der Nähe von Hannover. Und aufgeregt heute, oder? Nö. Freust du dich? Genau, aber doch häufig gewartet auf den Tag. Schön, alles klar. Ja, dann gebe ich jetzt einmal zu dir, Dennis. Erzähl du doch den Zuschauern einmal ganz kurz, was habt ihr euch denn heute überlegt für einen Haarschnitt? Genau, wir machen einen coolen modernen Haarschnitt. Wir machen die Seiten hier schön kurz in dem Bereich. Dann bauen wir ihnen eine schöne Linie ein an den Seiten und oben wird es dann länger rüber zum Oberkopf, dass wir dann schön clean, sauberen Haircut kriegen, passend zu seinem Bart, richtig schön ordentlich. Und dann kann er hier wieder schön, gut ist es halt, wieder rausgehen. Cool, ich freue mich mega auf die Transformation, sehr, sehr interessanter Haarschnitt und ich bin gespannt, was dabei herumkommt. Ja, euch wünsche ich ganz viel Spaß und sehen wir uns später. Bis dann. Ja, euch wünsche ich ganz viel Spaß und sehen wir uns später. Ja, euch wünsche ich ganz viel Spaß und sehen wir uns später. Ja, euch wünsche ich ganz viel Spaß und sehen wir uns später. Ja, euch wünsche ich ganz viel Spaß und sehen wir uns später. Ja, euch wünsche ich ganz viel Spaß und sehen wir uns später. Ciao. Ja, euch wünsche ich ganz viel Spaß und sehen wir uns später. Ja, euch wünsche ich ganz viel Spaß und sehen wir uns später. Ja Leute, das war unsere Transformation, ich finde sie ist sehr, sehr gut gelungen. Vor allem dir, Dennis, großes Kompliment. Kurze Frage an dich, Mustafa, wie fühlst du dich? Hammer, also super zufrieden, mega glücklich. Auch von Dennis und meinen großen Dankeschön nochmals, eine mega Arbeit geleistet und top. Schön, das kann ich nur bestätigen, wirklich mega geiles Ergebnis. Auch von, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, drehe ich aber ganz kurz hier, tolle, tolle Übergänge. Also großes Kompliment, Dennis, das muss man erstmal machen. So kannst du nach Hause fahren? Auf jeden Fall. Super hingucker, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr schön. Also Leute, wenn euch die Transformation genauso gut gefallen hat wie uns dreien, dann würde ich mich natürlich über einen mega Like von euch freuen. Also checkt mal auf jeden Fall diesen kleinen Daumen da rechts, links, ich weiß nicht, irgendwo ist der auf jeden Fall da unten. Und ansonsten fleißig unsere Kanäle abonnieren. Auf jeden Fall auch mal ein Like im Instagram-Channel dalassen, weil da könnten wir noch ein paar mehr Follower gebrauchen. Und dafür bist du natürlich zuständig. Ansonsten schreibt in den Kommentaren, was ihr besonders cool fandet an dem Video, was ihr vielleicht mal sehen wollt. Habt ihr Inspiration auch für uns, für welches Thema wir uns auch mal widmen können. Und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin so mega cool dabei bleibt. Ihr seid eh ein super geiler Support oder eine geile Community. Ansonsten bis bald. Ciao, euer Dominik. Ehe erzählen auf den Namen, Eheeeeh Extra Ehe E Balt Ehe Das ist Ehe Vielen Dank.